Musik Okay, Leute, wir würden nochmal versuchen, euch die Möglichkeit geben, hier wurde jetzt auf alles geantwortet, was von da unten kam, oder auf das meiste, Solomons Frage wollte niemand beantworten, das hat auch keiner verstanden, können wir aber nochmal wieder aufnehmen. Eine letzte Möglichkeit, eurerseits nochmal letzte Fragen, Anregungen, Kommentare nochmal mitzugeben und dann würden wir versuchen, hier oben nochmal in der Abschlussrunde, ja, Solomons, ich habe dich, versuchen, den zweiten Teil der Runde in der Abschlussrunde zu beantworten, und zwar die Frage nach der Future, nach der Zukunft, nach der Bewegung dahin, was müssen sozusagen die nächsten Schritte aus der individuellen Perspektive sein. So, this is the second and the last possibility, actually, for you guys to get involved again, to ask your questions, to give your comments, to say whatever you want, as long as it's brief. And everybody up here will have a last say on what he or her thinks, and that should be kind of concerned or focus on what people say from down there, but also maybe we want to try to answer the question, actually, about the future. What should be the next steps, actually, you consider should be taken in a way to have a free EDITRA one day. So, let's take the voices from down there first and then try to ask them. So, this is Hante, Solomon, Kalei. So, this is Hante, Solomon, Kalei. Okay. Wachta, Solomon, Mitte, Mastel, Syung, Syung, Kalei. Okay. Hante. Und erschweren. Nia. Okay, das war's. Ich habe Wachta, Solomon, Syung, hier vorne Mastel und Harner. Okay, that's it. Und dann geht's nochmal. Jaslunai, stimmt. Und dann, last round. Okay. Mikro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und als die Menschen in die Welt sagen, wenn es die Zukunft der Welt einem Jahr zu hören, dann würde es die Menschen öffnen, dass sie so ausgleichbar sind. Das ist die Menschen, die Menschen öffnen. Wenn sie so ausgleichbar sind, dann würde sie so ausgleichbar sein, dass sie so ausgleichbar sind, sie sind so ausgleichbar. die ihre Menschen öffnen. Deswegen ist die Menschen, Wir müssen die Einigung der Einladung. Das war die Einladung von der Einladung. Der Erküpfle ist ein anderes vizier. Daher fünf sind die Wuster gefertigt, um im Erküpfle zu verabschiedern, als erzbült erzbült, und bei dem Erküpfle zu unterstützen, die Wuster gefertigt sind. Das Wuster und das Erküpfle zu verabschiedern. Aber im Erküpfle zu sagen, dass es ein Wuster zu verabschiedern, die Bewerbe zu verabschiedern, mit dem Erküpfle zu verabschiedern. Das ist die Frage, dass wir uns nicht mehr wissen können. Die Demokratie ist eine Beherrschung. Wir haben noch eine Dämokrasie gemacht. Wir haben auch eine Dekterin, die die Dekterin und die Dekterin, die wir hier sind, die wir haben. Wir haben eine Dämokrasie gemacht, die wir nicht mehr wissen können. Wir haben das eine Dekterin, die die Demokratie hat. so werfen die Hasein und die Flüchtlinge geimpften, die Flüchtlinge haben. Durch die Flüchtlinge, wo es gehe ich, mit dem manchen Flüchtlinge geführt wird, dass wir auch die Flüchtlinge nicht einfach in den Haseinai können und der Flüchtlinge sind, wenn wir hier alles noch nicht haben, wenn wir die Flüchtlinge nicht in der Gefühle sind, die wir und die Flüchtlinge wieder kassen haben. Aber sie haben sich die Einwohner in der Welt der Stimme die in China. Das ist die 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 Wir haben eine Art die Glettw inspiring. Und das heißt, die wir haben die Elitera-Tikotheken. Und wir haben die Elitera-Tikotheken in der Erzene Handeltайте. Die Elitera-Tikothek von Linden ist. Ich glaube, es war alle eine Elitera-Tikothek. Und wir haben auch alle ein. Wir haben ein Elitera-Tikothek gel kam. Wir haben ein Elitera-Tikothek gelebte. Wir haben 이것el imagen und diese Elitera-Tikothek. Wir haben es war's, was ich hierher wurde. Es gibt die Äthiopien Menschen, die die Demokratie der Menschen, die die Demokratie, die modernen Gesellschaft, die Leute haben. Wir wollen sich das nicht mehr annehmen. Wir wollen die Äthiopien nicht mehr annehmen. Wir wollen die Demokratie nicht mehr annehmen, weil wir uns nicht mehr annehmen wollen. Das ist eine Art von euthobian zu sagen. Als es so ist, wenn wir dann die Euthobie in diesem Zeitpunkt nicht so sein, dass die Euthobie das nicht so sein ist. Sie sind schon immer wieder von uns in der Lage, dass ihr es gebildet ist. Das ist der Euthobie, ein Euthobie oder ein Euthobie. Und dann war es ein ein Euthobie. Das ist so wie es auch immer. Die Zeit ist schon richtig. Er hat eine Art der Strafung auf den Aufmerksamkeit. Die Strafung ist ein Teil der Strafung. Wir wollen hier ein Teil sein. Wir haben das Schmied der Strafung. Wenn wir die Strafung auf die Strafung haben, dann haben wir das Schmieden. Wenn wir eine Angst haben, haben wir ein Problem. Das ist so, wenn wir sie sagen. Ich habe sie gebeten. Sie machen es nicht mehr. Als die Gitarre und unsere R basiliker, als gesagt hat er, ist die Politik in der Politik eine Veranstaltung. Ich sage ihnen dazu. Und wie ihr sagt jetzt meinen Garten betrifft. Und wie ihr gesagt habt? Meister hat es eigentlich so gemacht. Vielen Dank. So, to come back to my previous question, what have you learned from the past that we were missing the chance to make use of all that chances, all that possibilities, all that energy we have? So, in my view, as I said, it is a lack, a missing ability to lead and a missing willingness to bow down, to bow your head before the system. Because we now, it is my belief, we now believe in people, we don't believe in a system. So, that is my thing. So, to repeat my question, what is the thing that you have learned and what is the question, the consequence you take out of that? And what is the thing you say, that is one thing I have to let go, to make things possible, to go further. Good. See you. Thank you. Ich habe die Tat alerted, dass die Leute die Jungs angehen, die Jungs nicht die Aufmerksamkeit ist. Wenn die Jungs angehen, die Menschen zu eröffnen, dann sagen sie das alles, dass die Jungs nicht die Abdeckung sagen. Wenn ihr euch an den Werden wissen, dann nehmen sie das Leider appliciert. Das ist die Jehnte, wie ich will. Also immer wenn ihr euch gezeigt habt. Die DiktatorInnen, die wir in der Kirche gehalten haben, die die DiktatorInnen. Wie wir dort überall, in der Falle, die die DiktatorInnen aufgelöst werden, in der Behandlung, die die Städtein werden. Die Städtein haben ja auch die, in der Säleinberg, die wir nicht mehr haben, die die Parlamen haben, ist, dass die DiktatorInnen, die die DiktatorInnen, die sie dort verabschieden. Schmyeonnt. Dann gibt es keine опыт zu sehen schönerweise. Auf dem Weg, in die Kirche sagt es, zu einfachen die Kirche mir an. Auch nach unseren Kirche nach dem Kirche, der sich in der Kirche nachfläche aufgehen, nach dem Kirche nach dem Kirche hinterher. Die Kirche macht er es, Sie haben sich in was für ein Geist, indem wir uns in die Kirche nachwesend haben. Das war dann, wie an die Kirche. Wir haben was gesagt, wir haben als die Kirche geplant, das war so, dass wir passiert. holistic war. wir wollten es, wir werden dann wieder. Wegen, das ist ein bisschen wichtig. Das ist schon ein bisschen wichtig. Das ist ein bisschen wichtig. Wenn ihr alle gesehen habt, dann habt ihr alle an diese Hände hoch. Wir ziehen euch die Hände hoch. Auf den Kopf. Wenn ihr euch in der Hände hoch habt, Wenn wir alle gesehen haben, dann haben wir alle gesehen, und dann können wir bei uns jetzt hier die Hände hoch. Ich bin von EYSC. So, we believe in the struggle being led from inside Eritrea. We believe in change coming from inside Eritrea. And we believe that there are pro-democratic forces existing in Eritrea. And that all these years, these forces have not seen any concerted support whatsoever from the opposition in the last decade. So, we believe, and this was what Bologna was all about, and I hope we have more chance to talk about it tomorrow. We believe that for the first time, we should organize ourselves as the opposition to support the pro-democratic forces that we believe exist inside Eritrea. We believe this is a quick solution. It can be, possibly, like similar we've seen in Tunisia or Egypt. And then, obviously, the outcome we can never foresee, because every country's situation is different. But what I would like to stress on, because you said, we don't have maybe 20, 30 years to do a peaceful struggle. And we hear it a lot. I think there's lack of education. That means you're laughing about that solution. This solution is a solution over 300 revolutions have been led in this world. Two-thirds of them were successful when led by peaceful revolution by the people. The remaining one-third, only one-third, was successful by armed struggle, but often led into another dictatorship. That's why, when we hear it, don't say, So what I try to say is, Khalid, because you said, He just wants to say Just networking, just about three, four years ago. Someone said, Was ist das? Was sind wir? In einer richtig, komzi ridiculisks nicht die Menschen, die Menschen zu sagen. Das ist die Verte der Srische. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Wenn ihr das gesagt habt, wenn ihr ihr wisst, sagt er, ihr seid ihr wisst. Aber sie benutzen sie Sir under Atte, wie ihr wisst. Aber ihr wisst, was ich heute sagen. Was soll ich ganz gut übersetzen. Wir glauben, dass ihr gefreut möchtet, ihr behalte ihr Köpfe und ihr Methoden. Ich liebe die Leute, die Leute sind. Das ist ja auch ein Lieblings-Use. Das ist ja auch ein Lieblings-Use. Wenn ihr ihr habt, dann kommt ihr, was wir mit ihnen kommen. Wenn wir uns nicht mehr mit den Abstand zu geben, wie wir die Rekübze sind, oder die sich die Pro-Demokrasien-Use sind, dann kommt ihr auf die Arbeit und die Aufhängung von der Abstand zu geben. Wir müssen uns zu stoppen und uns zu unterstützen. Das ist alles, was ich gesagt habe. Wer sagt, dass die friedliche Struggle länger dauert, als die arme Struggle von Äthiopien? Wir müssen sich fragen, wer von euch, wer von ihnen wird, wenn es einen Wechsel gibt und der Diktator geht, wer wird zurückgehen nach Eritrea? Nein, langsam, das war jetzt eine rhetorische Frage. Das ist eine schwere Frage, glaube ich, die ich so einfach zu machen soll. Das ist für mich als Bio-Deutscher eine Beobachtungsfrage. Wen werden wir von euch verlieren? Das sage ich jetzt auch mal ganz egoistisch. Wen wird Deutschland verlieren? Die kritische Frage dahinter. Ich sehe die jungen Leute, die Facebook-Jugend. Wenn die auch zurück nach Eritrea gehen, gut, da könnten wir sagen, die da mobben wir auf Facebook. Gott sei Dank gehen die zurück nach Facebook. Aber ich sehe jetzt mal die guten auch, was ich hier erlebe. Ich habe ja auch das Festival gefilmt, war dort auch auf einem Seminar. Und ich muss sagen, was mir gefallen hat, was Sie eben gesagt haben, multikulturell in Eritrea. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich frage mich, was bleibt von dem, was Sie in Deutschland praktiziert haben, was bleibt dann in Eritrea. Ist es wirklich die Multikulturalität, die Multireligiosität, die Demokratie, die Sie hier üben? Ich bin also sehr erfreut, sehr erstaunt über diese Offenheit. Muss ich auch mal was Positives sagen. Trotzdem frage ich mich, als alter Mann, ich habe auch Kinder, man verliert seine Kinder immer. Nicht nur nach Eritrea oder nach Deutschland, man verliert sie sowieso im eigenen Leben. Könnt ihr damit umgehen, dass einige davon hierbleiben? Ja, das wäre meine Frage. Ich glaube, das größte Konflikt, dass es in Politik gibt, dass Leute über ihre Ideen sprechen, und das ist genau wo die Separation starten. Die Differenzierung durchschnittliche Opinions. Und es ist nur die Art der Formulierung. Ich war mir gefragt, dass die Repräsentatives von den verschiedenen Gruppen in der Opposition in der Opposition können, um zuerst formulieren, bestimmte Schritte für ihre Lösung, in denen sie arbeiten können. Ich weiß, dass es in vielen Punkten, sie wollen nicht in der gleichen Weise arbeiten, aber vielleicht gibt es bestimmte Punkte, in denen sie finden, dass sie arbeiten können. Und dass sie zusammenarbeiten, für diese bestimmte Projekte, für eine bestimmte Zeit, denn das würde eigentlich forwarden etwas. Ich kann es nicht vorstellen, ich weiß nicht, denn ich bin nicht so involviert. Und meine zweite Frage wäre, ob die Leute in der Opposition, als eine ganze Gruppe, oder in eine bestimmte Gruppe, bereits hatten success stories sie könnten, insbesondere mit den Jungen, weil ich denke, dass nur auf den negativen Seiten ist, was die Leute ausfragen. Das ist deshalb, dass sie vielleicht nicht so involviert. Das könnte sein, wie eine Idee, wie Proof, wie wir in den letzten Jahren erreicht haben. Und Sie können mit uns contributeieren, und arbeiten mit uns. Applaus Applaus Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Weil, was er gesagt hat, im Grunde genommen ist es, dass das eritreische Volk eigentlich demokratische Werte gut kennt, erlebt und durchlebt, insbesondere dann halt vor Beginn der Befreiungszeit. Während der Befreiungszeit gab es ja dann halt eine bestimmte Ideologie von den Befreiungsorganisationen, die dann halt Marxismus und Solanismus als Ideologie hatten, dass das auch natürlich halt quasi mitinterferiert hat mit den Werten der Menschen. Um es kurz zu sagen, was er gemeint hat, ist es eigentlich, das eritreische Volk, daran liegt nicht das Problem. Wir kennen die demokratischen Werte, das ist für uns nichts Neues. Wer das quasi nicht akzeptieren will, beziehungsweise nicht implementieren möchte, ist eigentlich nur das Regime. Okay, danke. Okay, so, wie ich vorhin auch angekündigt habe oder angedroht habe, wir machen tatsächlich jetzt das, wir nehmen diese Abschlussrunde mit, einige Leute wurden direkt angesprochen und die anderen haben die Möglichkeit, ihre letzten Statements nochmal ein bisschen auf das zuzuspitzen, was auch die letzte Frage eigentlich war, also die Konkretisierung der Future Steps to have a free and a throw on day. Okay, so everybody's up for a last round, actually. Some of you have been addressed directly with the questions from the guys and everybody's free to reply to what they said. And I'm just reminding you on the second part of our panel, the name of the panel is actually Expert Panel, discussion on the current and future situation in Indonesia and the future situation to be in a free country one day. what actually the concrete steps you have in mind we should take on right now. So I'm going to, Musia and Khalif, you have been addressed directly and the rest, like for everybody, was actually, again, what have you learned from the past? Solomon asked that. And what are your consequences, actually? What could that be? Then the questions about, Joachim asked, the kids you're losing in a free editor, who are you losing? who stay and what benefits out of that comes. And Nia asked about the specifics of the, of working together within the, within the opposition and the success stories in there and what are the specifics you could actually work together with. And Sio, Bahta, we already translated. Yeah, Sio? I don't know, I don't know anymore. Ach so, with the left, right. But that was also a statement. That was a statement, I don't know. I think that's it. We're going to go with Khalif, with Ahajamana, one time with Weni and then we'll see if something was left open. So we'll start with Khalif and end with Weni. You can put your own statement in it and actually try to answer the last questions. And I saw some hands rising up, but like I said, there's a list, we'll do it the German way, so the list is finished and that's it. Sorry, I'm really sorry. Okay, Khalif. Okay, I will try to answer it very, very honestly, Miriam. Maybe the last two months have been two, three, four different countries discussing with the US about our strategies and what's happening between the different youth organizations. And it's posted in Facebook and YouTube, you can see. I never took side to EYSNS where I belong. I even discussed with the guys how could we dare to name our colleagues who have just chose a different strategy to call them PFDG. I mean, where does it come from? I mean, where does it come from? How could we dare to go that far? If we are talking about having a country, Eritrea, where we all together can live in peace, it must start now. It must start now, right now. Regardless who wins, if it is for the people of Eritrea, we are part of the people. We will be beneficiaries. I never saw the difference in the strategies as a problem, as Khalif. I'm saying with all possible ways, halfway I'm with you. I'm always in the demonstrations. I mean, we are all together doing it. The only step which I see, and in my analysis, it could be wrong. And I pay the consequences if my strategy was wrong. But I believe in one thing. Right now, the situation in our country, I know there are many, I mean, there are colleagues, we work with them. There are many chatting with us every day from inside Eritrea, giving us information, risking their life. They won't change. I know. We can still have the use of these people which we are talking. So, for me, I was invited to Bologna. I was ready to come because of family matters. I excused. I wrote an email to the guys who invited me. A week after I was able to go to Milano, then I attended in Milano. So, for me, it's a discussion, which has to be in a civilized way as well. I mean, I never said something bad. They are my colleagues, my friends. How could I say that? I mean, we are discussing with them. So, for me, regardless which strategy you follow, if you are struggling for a better future of the country, I will be beneficial. You will be beneficial. So, strategy should not be a problem. For me, the problem is beyond that. Why I choose EYSNS other than the EYSC, for example? I can give a number of examples. When I was attending a meeting in Debra Zay, I can see a real Eritrea, a real color of Eritrea for me as Khaled. Many ethnic groups, different religious compositions, balancing. That's what I want to see in Eritrea. I don't want to see elite groups gathering somewhere, imposing their ideas on people which are not with them. I want to have every part of Eritrea involving discussing and then sharing their pain, sharing my pain. We don't have to repeat a mistake. For me, I'm telling you, I studied with most of the guys which are in every organization, even if it's different than my organization, our association, I mean. So, for me, I was in Waala. I see a better Eritrea. I think I don't know if I'm going to say seven years. Yeah, in German, you know what I'm saying? I mean. I mean. Nah, it's like that. I mean. I mean. Sweden. Anyway, for me, if I was able to attend in Bolenia, I could have raised these issues. I mean, are we really representing? I mean, is this all? Why are we not having the others on our side? Why could we have them in Debreze? What was the discussion? I mean, we are saying, for me, the slogan was a problem. Why? Because sugar airthrawein, fittah by airthrawein. Fittah when you're in the language. I mean, sugar in the language. I mean, it's like that. Sugar can define and it's like that. It's a problem. Why? I mean, why? In my, my, no, no. I mean, I don't know if you're in the language. I mean, no, 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 no. Sorry. I'm going to ask you again. It's very important. It's very important. It's very important. Let me address it. Okay, klar. I mean, if someone... I'm not, as I said in Trondheim, I'm not a Kunama. If a Kunama guy is telling me he has a problem, he concerns me. If I konama is down to my schools, I'm afraid of it. If I konama is down to my schools, I want to be talking. I konama is down to my schools. In the moment, I wouldn't have said that if I konama is down to you, und ab 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 und ab. Es gibt einen einen an! Grund und marrow, die Chine zu erheben, habe ich die Arzt gemacht, im Rahmen von einem Chine und ab und ab, auf und ab 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 und ab. Mein Name ist das Chine oder so, wenn wir, unsere Schinsel waren, wir haben, wir sind nicht in den Bräsel. Mast das Wort, wir haben die Chine zu erheben. Das ist ein Problem hier. Also wenn sie sich die Liebe so haben, Menschen nicht zu wissen, sie werden nicht zu können. Wir diskutieren die VerkaufLand. Wenn man sich die VerkaufLand beherrscht hat, dann wird die VerkaufLand nicht vermittelt. Das ist ein Perfuss! Das ist eine VerkaufLand. Das ist ein VerkaufLand. Die Diskussion ist nicht so. Er wird einen Beinummer mit dem ErkaufLand. Er schaut es nicht so. Sie werden es nicht so. Wenn ihr euch anrufen könnt, dann könnt ihr euch anrufen, dann könnt ihr euch anrufen, dann könnt ihr euch anrufen. Vielen Dank. habe ich hier eine Art der Gelände. So wie gesagt hier ist es so, hier ist im Jahr 2018, von Südan nach genau zu machen und dort beinhaltet eine Position über ein Blast. Das war strategisch, denn ich hab ein Fähemann gesehen wie viele Autorne handelt er sich dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Yeah. There was an interesting question. Can opposition work together? Of course they can work together. In London, there is a coordinating committee that involves every opposition group, including those who entertain the idea of armed struggle. They all come together when there is demonstration or any rallies or any peaceful means of struggle within the UK or London. They come together and work together. So, in fact, in the majority of cases, people work together, despite their differences. So there's some good news there. The future of Eritrea, before coming to that, Eritrean solutions for Eritrean problems. I think that's a perfect slogan. I supported it all my life. I don't see any problem between solving a national problem or a subnational problem. They're all problems. They're all problems that can be resolved, but through Eritrean ownership. So there is no conflict there. As for the future of Eritrea, I think we are a diverse society. We are a heterogeneous society composed of different religious, ethnic, regional groups. Any future governments in our country should consider this a factor of diversity and take it into account. The linguistic diversity, which was resolved through the 1952 Constitution, Article 38. Although it specified Arabic and Tigrinya as the official languages, unlike many people's understanding of this particular article, it also recognized the importance of all the other languages in Eritrea. So it gave them all equal status. At the time, 1952, the two languages were probably the most advanced. But that article also allowed, whenever these languages are ready, they can be used not only on their specific cultural, ethnic activities, but also at the national level. So we need to believe in the equality of our languages. We need to also believe that we are all stakeholders. All Eritreans are stakeholders. They are part of this country. So any system of governance should allow, one of our friends was mentioning, self-governance at the local level and shared governance at the national level. So that kind of system, whether we call it eritocracy or federalism or democracy, call it whatever you like, as long as it is conducive to our own heterogeneous reality, that is going to be the best and most sustainable alternative to the current regime. Thank you. Thank you. Because he hit me as a guard in my eyes, unless a child serves God. He runsahuahuンド. Because he does not getes that. When everything gets escuched over to the class and he has assured police彼像, he answers it all foliblically, we did not believe in him. And everyone geen悦 가는 age will have come in please, conteúdo and thank you. und nicht mehr und mehr. Wenn sie sich bloßt, wenn ihr erzählt, wenn sie etwas etwas mehr deterらgut, dann kommt sie das. Über die tener unVoice-Berkehren. Das wäre klar. Und wenn ihr so weiter lebens Tips zu versprechen habt, dann kommt das Wort, das Wort ist ja, dann kommt das Wort. Bitte ist ja, dann kommt das Wort und das Wort. Das war es, keine andere Menschen. Sie sagen, was die European Union? Wenn wir wenigstens, dann wehren die Kultur, dann schock' mich nicht beenden. Ich will alles. Das Finnish war, wir sagen, das selam ist nicht. Alspräget haben wir, dann nicht die Lachen, unsere Klopfen in seiner Zeit und wir können sie nicht mehr sagen. Alspräget haben wir die Lachen und sich für Sie nicht verraten, wir haben die Lachen. Aber es gibt einen Teil von uns. Wenn die Ideologien mit einem Gehälder into die Menschen kann man sich in die Frage auf den Sprachen ... ist das in Deutschland ablen. Wenn ihr alle zwei Seiten seht, die ihr hier habt, wenn ihr euch nicht mehr verletzt, dann schreibt ihr euch auf den Sprachen. Sie sollen sich nicht weitergeben. Wenn Sie die Zuhl-Fahrer des Bruges behebenen sollen, dann kommen Sie, wenn Sie die Zuhl-Fahrer sind, dann kommen Sie, wo Sie die Zuhl-Fahrer sind, und Sie sich mit dem Machen und die Zuhl-Fahrer ist, wenn Sie die Zuhl-Fahrer sind und die Zuhl-Fahrer sind. Also sagen Sie, ich glaube nicht, Sie sind nicht so lange wie Sie die Zuhl-Fahrer sind. Und dann sollte ich ihn wünschen, nicht weiter aus. Ich habe sie gehört, weil ich so nicht mehr so verlebt, was ich machen was, ich habe dich um Geld zurück. So, jetzt kommt die Frage, dass ich, dass ich mir etwas mehr so erzähle, wenn du das Leben okay bist. Ich habe dich als Gott gesagt, sagen du, oder? Ich habe das Leben. Soll ich gucken, was ist im Feld, was ist seine Stärke oder was ist seine Schwäche? Und da kann ich das auch dann halt so oder so auslegen. Sollte ich keine Schwäche oder nicht für die Pflegegewerke, die für die Anwesenheit und das die ganze Zeit haben, so dass wo sie die Flüge betrachtet werden, dass sie die Emotionen sind, dass sie alle gibt. Das heißt, dass wir die Disziplin haben. Fertig sind. Das heißt, dass wir die Disziplin haben. Wir sagen, dass wir uns nicht so gut sind. Wir sagen, dass wir uns nicht so gut sind. Wir sagen, dass wir uns nicht so gut sind. Wir sagen, dass wir uns nicht so gut sind. Wir sagen, dass wir uns nicht so gut sind. Not sono wir uns auf debe지가bert. Wir sind dafür Watson sowohl nicht so gut in den Vergnudiativen Frise. Wir haben verdote Gelase. Vielen Dank für Ihreرف Campaign. Wenn ihr das, dann kommt ihr auf die Seite. Die Seite ist nicht so, dass ihr das. Aber ich habe mich nicht mehr als erinnert. Wenn ihr das, dann geht es mir zu. Wenn ihr das, dann kommt ihr, dann kommt ihr, dass ihr das, was sie verraten, dann kommt ihr. Aber wir haben uns über die Seite, bis ihr vier Jahre alt sind, bis ihr fünf Jahre alt sind. Wenn ihr die Seite sagt, dann kommt ihr, dann kommt ihr. Dann kommt ihr, dann kommt ihr. wenn er die Begeber mit dem Weg rauskommt ein bisschen mehr von uns um zu tun und dann auch ein bisschen mehr. Wo haben wir die Wegeber? 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 Nein, ich kann... Ich kann das nicht sagen. Nein, ich kann das in Englisch sagen. Nichts nicht. Nein, ich kann das nicht sagen. Die fervor von den Menschen, die so fervor für die fervor, macht mich manchmal verletz. Why am I saying this, Salomon Kaydumber? Salomon's question was, what have you learned? In principle, in principle, and because of my belief, I am for peaceful strength. But what Abdurrahman mentioned, it is a kind of bridge between the two of you. What Abdurrahman mentioned, it was very selective. The man of reconciliation in this world, Nelson Mandela, most of us would think he was for peaceful struggle. He was for peaceful struggle, but forced by the circumstances, he was one of the leaders of Unkwem Tawusizwa, the sphere of the nation. But within South Africa, not from outside. Just, okay, just like, not just like, just like. That's right, that's right. I think, I am an Erythraean. I think we are talking here within Erythraeans. I'll come later to what you want to try to say. So, I have come to the conclusion, by all means, by all means, because who am I? If Barahi was mentioned by Minister Barahi Gabriel Salazar, I used to meet him. He was one of those who say rule of law in this country, rule of law. So, if the G-15 and other prisoners of conscience, more than 10,000, according to Amnesty International, use a violent means to escape out of Erythraean, who am I to tell them no use of weapons? No. 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 When we say for peaceful struggle, we have to understand in what kind of context we are talking about peaceful struggle. I have mentioned in my writings Dietrich Bonhoeffer, one of my favourites. He was always, during Hitler, for peaceful struggle. He was a theologian. At the end of the day, because of the situation in Germany, he tried to use violent means. So, I'm not saying, let's go for violent means, but let's try to bridge our thoughts. And about the slogan, I mean, not that the slogan was wrong as such, but why was it created? That's what I said. Why was it used? Yeah? And that created polar... No, justice. That created polarization. And I will go to call it. And that, I hope... Manya, manya? Nia. Sorry. I hope, sorry. I think. I think we have to bridge this. We have to unite ourselves. Because what Khaled was saying was a very positive talk. But in reality, I won't mention the leader of one of these warlords. It was during this intellectual scholar meetings in Ethiopia. I met Arimar. And during the break, he threatened me. There were another witnesses. He threatened me. And he has a military wing. He is one of the queens in Ethiopia. So, we have to be realistic about what is going on and the dangers what was mentioned by others. This war, what I have always said is, if I use... Threaten you, why? Threaten you, why? I made a remark. And he didn't like it. So, that dictatorship mentality is not only with Isaias, but with all of us. He is part of us. And so, we have to balance. We have to understand in what of situation we are moving. If Ethiopia controls our situation, then we have to address it. We have to address it. But we don't have to be against Ethiopia. Why? No, 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 no. I'm in general. Last words? No, no, I'm in Serbian. Serbian, you have to say, you have to turn your hand, you can turn to Serbian. No. Arnold, it's not in Serbian. When you pass on, you have to go to the Rolex system. Come, Kifka. I'm in Augustine. I'm in a meeting with our United Fair. I'm in a meeting with our meeting with our meeting. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.